Kalender ist auch mehr so ein Frauending. Frauen schreiben in den Kalender, die Männer weniger. Wenn mein Mann was in den Kalender schreibt, dann nimmt er den sogar von der Wand. Männer machen das, die nehmen den von der Wand, gehen an den Tisch und fangen an reinzuschreiten. Und wir Frauen, wir können das ja mit dem Telefonhörer an das Ohr, mit der eine Hand das Blatt hochhalten und mit der Hand reinschreiten. Das schreibt sie eben nicht immer wie erste Klassische Schönschrift. Und da steht der Ralf dann davor und sagt, was heißt das hier? Was heißt das? Ich sage Ralf, da steht doch Ingrid hinter. Ja, das musst du doch gar nicht wissen.